Mein Name ist Ewe Wiemer. Ich bin hier in unserem Garten in Bonso. Im Frühjahr 2005 habe ich diese lustige kleine Krabbe entworfen. Und wir wollen vielleicht ein Symbol für die Nordseeküste daraus machen. Das soll nachher 1,80 Meter groß werden. Dazu hat mir mein Nachbar Holger Hasberg ein Metallgerüst geschweißt. Daran werde ich jetzt gleich Styropor mit Draht anbinden und auch Maschendraht, damit ich nachher die Mineralsteinmasse daran befestigen kann. Das ist das Modell. Und das ist jetzt hier das Metallgestell. Und das ist jetzt... Und das hier ist eine Blastzee. Ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein. Ja, ist gut, gehen wir nach Hause, gehen nach Hause, aus, aus, aus. Ja, ist gut, gehen wir nach Hause, gehen wir nach Hause, gehen wir nach Hause, gehen wir nach Hause. Ja, ist gut, gehen wir nach Hause. Ja, ist gut, gehen wir nach Hause, gehen wir nach Hause. Ja, ist gut, 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 gehen wir nach Hause. Ja, ist gut. Ja, ist gut, gehen wir nach Hause. Ja, ist gut, gehen wir nach Hause. Ja, ist gut, gehen wir nach Hause. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja.